Herzlich Willkommen zur Fußballzeit mit... Da habe ich tatsächlich schon mal daraus getrunken. Ich fühle mich gerade wie das kleinste Mädchen der Welt, auf dem größten Fußballplatz der Welt. In diesem Format treffe ich viele spannende Persönlichkeiten aus Musik, Entertainment und Sport. Wir quatschen über ihre ganz persönlichen Fußballzeitmomente. Plötzlich stand ich mittendrin unter lauter 74er Weltmeister und wusste nicht, wie mir geschah. Ist ähnlich wie heute. Zwar finde ich eigentlich bescheuert. Es gibt gar keinen Fußballgott. Aber natürlich auch, wir sind hier auf dem DFB-Campus über die deutsche Nationalmannschaft. Viele spannende Überraschungen warten auf uns. Wir haben einiges vorbereitet. Also lasst euch überraschen. Das habt ihr ja noch nie gesehen. Krass. Geil, geil, geil. Und das Ganze seht ihr auf dem YouTube-Kanal des DFB. Ah, geschafft! Ihr habt fast schon aufgefallen. Alles voller Make-up.